Team Wallraff, Reporter undercover, so heißt das neue RTL-Format, bei dem Günther Wallraff die Leitung übernimmt. Und gleich bei der ersten Folge wird Burger King in die Pfanne gehauen. Natürlich ist das, was wir hier zu sehen bekommen, schrecklich und entsetzlich. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wundern tut es uns nicht. Und dabei ist Burger King nicht das eine schwarze Schaf, sondern der Normalfall. Und das Ganze ist einfach schlichtweg branchenübergreifend. Aber warum ist das so? Warum versagt die Kontrolle des Staates? Warum ist Burger King hier die Kontrolle egal? Warum kann der Franchise-Unternehmer so handeln? Warum reagieren die Angestellten nicht? Und warum reagiert der Kunde nicht? Es ist das Geld. Denn Geiz ist bekanntlich geil. Und weil alle ausnahmslos ans Geld denken, ist das überhaupt so in dieser Art und Weise überhaupt erst möglich. Der Staat spart am Personal, um Geld zu sparen und kann dadurch keine echten Kontrollen durchführen. Burger King und seine Franchise-Nehmer wollen ihren Gewinn optimieren. Denn es sind schlichtweg kapitalistische, gewinnorientierte Unternehmen. Auch das Personal bei Burger King will natürlich Geld verdienen und will in keinster Weise arbeitslos werden. Und die Kunden von Burger King sind nun mal nicht bereit, für anständige Arbeit ein anständiges Geld zu zahlen. Über den Kauf der Produkte. Das alles ist so nur möglich, weil unser Staat von der Wirtschaft gelenkt und bestimmt wird. Sprich, der Staat erlässt die Gesetze nicht im Sinne der Bürger, sondern im Sinne der Wirtschaft. Würden die Politiker, die ja durch den Bürger gewählt werden, auch für diese Bürger arbeiten, für sie entscheiden, in ihrem Sinne handeln, wäre das gar nicht möglich. Würden Politiker wirklich für die Bürger arbeiten, die ja eigentlich die Eigentümer des Staates sind, wäre das alles so gar nicht möglich. Doch in unserem Land ist der Staat nur dazu da, die Bürger zu verdummen und ihre Ausbeutung zu ermöglichen und zu optimieren. Anders gesagt bedeutet das, dass Burger King nur die Spitze des Eisberges ist. Burger King ist nicht der Ausnahmefall, sondern die Regel. Doch was kann man dagegen tun? Man kann sich verweigern. Der Arbeitnehmer kann die Arbeit verweigern und der Kunde sollte einfach den Konsum verweigern. Sprich, Arbeitsverweigerung, Konsumverweigerung sind die einzigen Mittel, die diesen Teufelskreis der Wirtschaft brechen können. Dummerweise werden natürlich Arbeitslose stigmatisiert in unserer Gesellschaft. Vom Staat, von der Wirtschaft und von konsumgeilen, kapitalistisch eingestellten Bürgern. Besonders von denen, die natürlich besser verdienen, die dann solche Arbeitslosen nur als Schmarotzer sehen. Und ja, letztendlich bei Burger King einkaufen und sich dann noch beschweren, wenn der Bürger nicht schnell genug kommt. Und natürlich sind solche Leute nicht dazu bereit, einen vernünftigen Preis für Arbeit zu zahlen. Deswegen gehen sie auch lieber zu Burger King als zu einem anderen Unternehmen, was nicht eine Kette ist oder vielleicht sogar ein echtes Restaurant. Und so wird von diesen Leuten schon mal grundsätzlich dieser Teufelskreis überhaupt erst in Bewegung gesetzt. Um diesen Teufelskreis aufzuheben, um ihn zu entrinnen, ihn zu brechen, brauchen wir nun mal einen Staat von Bürgern für Bürger. Also einen echten demokratischen Staat, nicht das, was wir jetzt haben. Einen von der Wirtschaft gelenkten Staat. Und wir brauchen Bürger, die sich gegen diesen Wirtschaftsstaat stellen, sich ihm verweigern, hier einfach Nein sagen. Denn nur wenn die Wirtschaft merkt, dass sie die Leute nicht mehr manipulieren kann und für dumm verkaufen kann, wird sich etwas ändern. Und solange wir eben nicht dazu bereit sind, uns dieser Wirtschaftsmonarchie zu verweigern, wird sich auch nichts ändern. Wir werden zwar immer wieder ein paar Unternehmen an den Pranger stellen, aber die Masse der Ausbeuter und Sklaventreiber wird bestehen bleiben und weitermachen wie bisher. Und wenn Burger King jetzt verschwindet, tritt an seine Stelle einfach nur das nächste Unternehmen, was so weitermacht wie bisher.